Es war zwar ein Arbeitssieg für meine Bayern, aber am Ende gewinnen wir 2 zu 1 gegen Mainz und sind zwar noch nicht ganz Herbstmeister, aber eigentlich zu 99,9%. Ja, wir hatten heute die Mainzer zu Gast, ein schwieriges Team. Wir wussten alle, dass das schwierig wird gegen Mainz, da Mainz wirklich ein sehr starkes Team ist dieses Jahr und vor allem sehr stark die komplette Saison konstant überspielt. Sicherlich gab es hier und da mal ein paar Aussätze, aber welcher Verein hat das nicht? Sogar wir hatten 1-2 Aussätze. Wir sind auch erst in Rückstand geraten, ob verdient oder nicht. Mainz hat von Anfang an gepusht, sind gelaufen, sind gerannt, haben in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel dafür getan, in Führung zu gehen und das ist dann ja auch passiert. Und es ist wieder ein blödes Gegentor, was man hätte verhindern können. Aber naja, so ging es halt mit dem 1-0 in die Pause. Und was uns, glaube ich, zugute kam, war, dass Mainz sich in der ersten Halbzeit ein bisschen müde gelaufen hat. Also müder zumindest als wir. Ich würde sagen, wir hatten da noch mehr Power in den Beinen und haben ja auch kurz nach der Pause, Gott sei Dank, durch Coman, der ist 1-1 gemacht. Und ja, von da an würde ich sagen, hatten wir das Ganze komplett im Griff und hätten schon lange 2- oder 3-1 führen können. Gott sei Dank hatten wir ja Musiala, der uns mit dem entscheidenden Treffer zum Sieg geschossen hat. Einfach nur klasse, super durchgesetzt, schönes Tor. Und dann dachte man halt, ja, jetzt stellt Mainz sich hinten rein, dann machen wir mal easy, nee, Mainz kommt nach vorne, machen wir mal easy das 3-1 und sind durch. Das war aber nicht so. Mainz ist draufgegangen, ja, aber richtig intensiv. Und da hätte ein Fehler dazu führen können, dass Mainz noch einen Punkt mitnimmt. Klingt total absurd, ist aber so. Und hätten die das zum Teil etwas besser zusammengespielt, wäre es durchaus möglich gewesen, dass Mainz hier das unentschieden macht. Und ja, ich finde das auch gut, dass der Trainer von Mainz so das Denken so ein bisschen umstrukturiert hat, dass man sich nicht mehr hinten rein stellt, sondern offensiv weiter drauf geht. Und wenn man 3-1 verliert, dann verliert man 3-1. Aber besser, als was man es gar nicht erst versucht. Und ja, Lewandowski, da hat mir so ein bisschen leid davon, der hat ja wirklich fast gar nichts auf die Reihe gekriegt. Aber solche Spiele gibt es auch mal für Stürmer, das ist nun mal so. Und das Gute ist, Dortmund hat ja auch nur unentschieden gespielt. Das bedeutet, ja, wieder zwei Punkte mehr Vorsprung. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte die Leute nicht rumweinen hören. Bayern, da kann ja niemand Meister werden. Ganz ehrlich, so viele Böcke, wie Bayern sich schon geleistet hat. Und Dortmund kann sie einfach nicht ausnutzen und machen sogar selber noch mehr Fehler. Ganz ehrlich, dann hat das Team auch nicht verdient, deutscher Meister zu werden. Das muss man einfach so sagen. Und ich sehe das immer wieder in den Kommentaren, dass welche gegen Bayern schießen. Aber kehrt doch erstmal vor eure eigenen Haustür und guckt, dass ihr es hinkriegt, das hinzukriegen, was wir geschafft haben. Nämlich konstant zu spielen, Transferpolitik perfekt umzusetzen in den meisten Fällen und wichtige Punkte einzusammeln. Naja, Fakt ist, wir haben gewonnen, wir sind so gut wie Herbstmeister. Ja, gegen Stuttgart denke ich, sollte das kein Problem sein. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Talk und ciao. Bis zum nächsten Mal.